willkommen zurück bei father and son play for fun und mein lager ist wieder an der anderen stelle ich zeige es euch wie ihr habt aber da will ich gar nicht hin jetzt geht es erstmal zu emerald ranch und dann schauen wir mal der viel erzählt dass wir uns jetzt nicht anhören dann gucken wir mal ob wir da noch ein hähnchen finden und dann auch vielleicht ein paar karten nach verkaufen eben der netten madame noch was oder more ma wo wir gerade hier sind gut da ist nix oh gugeleier weg da ist weg gib nicht nur geld gib doch ordentlich points auf jeden fall ja münzen oh man brauche ich die ausgeben hier dann machen wir eben noch eine karte für wildblumen auf war ich zu eifrig dann machen wir das mal eben hier nix wie hin eben lieber blümkes einsammeln ja und wie immer nicht nicht ans navigationssystem halten querfeld ein ist immer gut ist doch ein stück ne ich hätte gedacht es ist näher da so wo ist sie da direkt die nächste markieren hier rüber hier rüber jetzt hab ich wieder nicht nach dem hahn geguckt nur gut sollen wir noch finden heute ich zeige es euch eben noch mal da jetzt geht es darüber ja so ein bisschen hier querfelder ein das hat ja das tut mir wirklich selbst weh ist hier so im halbdußern wer fällt ein vielleicht nicht immer clever was 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 war hier irgendwas ist hier heute in der hütte mein gott aha zeige ich mal noch mal die hütte für alle die sich auf der karte nicht so gut auskennen da ist es hier gucken ob hier was im kamin ist nee dann jetzt auch schon weiter jetzt wird es ja langsam hell dann ist das im querfeld ein auch wieder einfacher oder auch nicht ich lasse nach aber jetzt ist es auch schon im echten leben ganz schön spät die neuen rollen herausforderung wurde ja nicht schon packt habe ich auf kopfgeldjäger kein bock auch mein gott das gibt es auch nicht da ist der andere komische fuchs ich zeige nochmal eben die gegend hier ist ja dann irgend so ein fuchs zack jetzt noch eine karte auf ich zeige euch eben zwei sachen fehlen uns noch das wird ja nix könnte man glück haben bei sammler machen jetzt einfach nur eine karte auf müssen wir ja nicht abarbeiten was soll's taokarten war das glockte ja schon aber wie gesagt das müssen wir ja heute nicht abarbeiten ich guckte jetzt noch mal nach so einem hähnchen weil da sind also noch ein hahn rupfen und wir kriegen noch mal 0,25 jetzt so hier im halb dunkeln morgens um vier da kriegen wir vielleicht noch keinen stress auf jeden fall sind die hühner da ist er da ist er so schnell rupfen hier so mach mal so mach mal schnau mit dem So, das schon mal erledigt. Nein, 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 komm hier. Warum rennt der weg? So, jetzt kommen wir noch mal eben schnell die Karte nach, die Blümchen hier. Und vielleicht checken wir mal eben, wo wir zu viel von haben. Irgendwelche Vogel-Eiern oder so. Da. Oh, das ist ja ärgerlich. Das ist ja alles noch im Rahmen hier. Das sieht ja soweit noch gut aus. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen zu viel. Boah, passt, würde ich sagen. Jetzt holen wir die schon mal nach. In der Nähe von Gegnern, wo sind denn hier Gegner? Ich darf das, glaube ich, nicht sagen. Das wird dann... Das gibt es doch nicht. Ein feuerer Lagerplatz. Ich drehe durch hier. Ja, dann müssen wir doch zu dem teuren Schnellreiseposten. Mann, 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 Mann. Guck mal, wenn ich so was mitbringe, ne? Und ab nach Hause. Bei dem miesen Wetter. Ja. Gehen wir den noch ab. Oh, hat sich jetzt vielleicht das Rezept geändert? Jawohl. Jawohl. Auch erledigt. Damit habe ich mir die Kopfgeldjäger-Nummer gespart. Tipptopp. So muss er sein. Da hatte ich nämlich heute wirklich keinen Bock drauf. Aber wisst ihr was? Wir düsen mal eben nach Rhodes und sammeln mal eben zumindest zwei von den drei Karten ein. Dann brauchen wir morgen nämlich nur noch eine einzusammeln, um zu wissen, wo die Madame ist. So, ich trinke mal kurz einen Schluck. Natürlich wieder nicht aufgepasst, wo es ist. Ah, okay, alles klar. Ach, Mann, das Wetter ist das. So muss es doch auch nicht sein, oder? Ah, hier könnte ich mal eben kurz die ganzen Wolfsherzen verschnacken. So, wo sind denn die? Ah, da. Ach, da oben. Am Galgen ist das, glaube ich, ne? Ja, da ist es. So, und dann holen wir uns jetzt noch die andere Karte. Ich denke, das wird hier in dem Hütchen sein. Ah, nee, 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 nee. Das liegt, glaube ich, mal vor dem Hütchen am Wagen, ne? Ah, hört man schon klimpern. Ja, 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 ja. Ich zeig's euch. Da ist es. Aber die Straßensperre holen mich jetzt nicht ab. Obwohl. Nein. Es war mies angeritten, ne? Ist natürlich nochmal gut gegangen, aber... Das war echt schon schlecht. Was haben wir denn da oben? Seht ihr das? Was haben wir denn da? Ach so, ich dachte, das wäre was... Was Besseres. Ein Bussard oder so. So, dann eben hier nochmal checken. Ach, das ist auch wieder irgendein Mist. Müssen wir da wieder einen befreien? Nö. Ich dachte hier, ne? Hier ist ja manchmal einer angeboten. Führt an. Auch nichts von gebrauchen. Dann machen wir uns vom Acker. Oh, 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 wer kommt da auf einen Zug? Guckt euch das mal an. Tja, wenn wir da wieder morgen irgendwie 20 Sachen spenden sollen oder so. Mehr Federn und so ein ganzes Gedöns abgeben hier. Da seht ihr das Reierfeder und Schwungfedern. Da sagen wir ja nie nein. So, und dann wollte ich doch mal eben gucken, war da nicht noch gewürztes Großhüllfleisch zu machen? Da ist es. So, da ist es Großhüllfleisch mit Ackerminze. Einmal, essen wir auf. Zwei. Und dann machen wir auch Schluss. Besser geht's nicht. Auf geht's. So, das war der dritte Teil am Samstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt mir noch ein bisschen Feedback in die Kommentare. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Und natürlich ein schönes Wochenende. Also, bis dann. My father and son, play for fun.